Moin meine Minecraft Gamer und willkommen zu einem neuen Video. Hm, wo soll ich anfangen? Lasst uns ein bisschen über Vlogging reden. Vlogging war zu den Anfangszeiten dieses Formats, ich sag mal, ein eher wirklich amateurartiges Format. Man hat sich nicht wirklich um die Filmtechniken gekümmert, man hat sich wirklich nur darum gekümmert, etwas zu dokumentieren. Man hat halt einfach nur gefilmt, was passiert ist. Man hat sich darum gekümmert, was ist drauf und fertig. Ein gutes Beispiel war es zum Beispiel auch, als ich angefangen habe zu vloggen. Ich habe immer noch auf meiner GoPro gevloggt und das war ungefähr 2016, by the way. Anfang 2016, ich habe immer noch auf meiner GoPro gevloggt und die war auch nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Weil, ja, man hat die GoPro einfach mal eben aufgestellt und wegen dem Fischaugenobjektiv wusste man, dass alles drauf war. Aber irgendwann hat sich Vlogging dann jetzt doch etwas weiterentwickelt. Man sieht zum Beispiel, dass sich bei, zum Beispiel bei Felix von der Laden, nicht nur bei Felix von der Laden, sondern auch bei einigen anderen Vloggern, die es wirklich ziemlich krass übertreiben, wirklich komplett neue Ansprüche da sind. Also sie haben wirklich komplett neue Ansprüche. So sollte man es vielleicht eher sagen. Und da kommen natürlich auch die kleinen YouTuber mit, aber wir heben das Ganze auf ein neues Level. Und ja, ihr habt richtig gehört. Wir... Wir... Die aufmerksamen Zuschauer unter euch dürften nämlich die letzten Vlogs schon gesehen haben, in denen unter anderem diese Shots vorkamen. Alleine hätte ich diese Shots mit Sicherheit nicht filmen können. Komm jetzt wieder her. Das nehmen wir. Verantwortlich dafür ist nämlich er hier. Nee, nein. Doch. Ja, das nehmen wir. Okay. Ja, ich bin der Raivi und ich mache hier mit dem Gitar zusammen Videos und wir versuchen halt auch uns ein bisschen zu verbessern auf YouTube mit den Erfahrungen, die wir sammeln. Um eine gewisse Sache gleich vorab schon mal klarzustellen. Das Ganze läuft hier nicht ganz so ab, wie zum Beispiel bei Team Spielkind oder auch anderen YouTubern, wie zum Beispiel Jon Olson, die wirklich oder eben auch bei Raivi oder anderen Leuten, die wirklich ihre eigenen Kameramänner haben, die da wirklich auch, ich sag mal, professionell arbeiten und deren Videos quasi auch schon komplett schneiden. Denn seit wann machst du YouTube, Raivi? Ende 2017. Ende 2017. Ende 2017. Okay, wir haben es Anfang 2018 und das ist jetzt noch nicht so lange her. Und ich mache jetzt seit Anfang 2015 YouTube, was ich glaube, bald dürfte sogar, ich sag mal so, bald dürfte ich seit drei Jahren YouTube machen und das ist schon, ich sag mal, eine gewisse Sache. Da sollte man schon einige YouTube-Erfahrungen haben. Habe ich jetzt eigentlich auch, würde ich zumindest sagen, oder? Bei drei Jahren doch nicht, Katsch. Und von daher haben wir uns einfach mal gedacht, wir kannten uns schon seit dieser Zeit. Also, du warst glaube ich schon, wir kannten uns schon, als ich mit YouTube so ziemlich angefangen habe, oder? Ja. Noch zu Vita Master 3000 LP Zeiten. Ja, eigentlich schon. Ja, und ja, dann war es nun so, in der ersten Hälfte des Jahres 2016, nee, nicht 2016, 2017, ich mag einfach das Wort 16 so gerne, Leute, tut mir leid. 16. Und in der Film-AG sind wir dann eben wieder, ich sag mal so, mehr aufeinander gestoßen, haben mehr Kontakt so zueinander gehabt und irgendwann haben wir dann eben auch mal angefangen, uns privat zu treffen. Du hast mit YouTube angefangen und, ja, wie ist es denn dann weiterhin nochmal abgelaufen? Weißt du das jetzt so genau? Also, wir haben uns halt privat getroffen. Ja. Und dann sind wir halt uns auch so näher gekommen, weil wir halt beide Premiere benutzt haben. Näher gekommen? Ja, in Wurgenstrichen. Beide Premiere benutzt und da habe ich mir dann so ein bisschen von dem Gitar was erklären lassen. Ja. Ja, so ist es entstanden. Also, ich sag mal so, Learning by Doing, er schneidet teilweise eben auch meine Videos, teilweise wohlgemerkt. Das sieht gar nicht gut aus. Ja. Also, es sieht schon gut aus, wie er meine Videos schneidet und seine eigenen auch, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also, ich sag mal so, Learning by Doing eben und das sieht wirklich gut aus. Die Stelle mit, das sieht gar nicht gut aus. Darauf wollte er gerade eben eher verweisen. Zum Beispiel in dem einen Fortnite Video, das hat er zum Beispiel größtenteils geschnitten. Genau, mit Proxit. Und diverse andere Vlogs zum Beispiel auch. Waren das diverse? Ja, doch, oder? Zwei oder drei waren es glaube ich. Ja. Also, ihr seht, es ist noch nicht viel, aber es ist schon so einiges und ich sag mal so, meine Vlogs sind jetzt nicht unaufwendig. Ich, ihr wisst ja, ich orientiere mich ganz gerne an Felix von der Laden und ihr seht, auch als Kameramann macht er sich ganz besonders gut. Kannst du mal übernehmen, mein Arm wird schwer. Kein Problem. Und ja, ihr seht schon, so werden dann jetzt einige, nicht nur Vlogs, wahrscheinlich sogar eher weniger Vlogs, sondern eher, ich sag mal, auch andere Projekte verlaufen. Ähm, dass wir tatsächlich dann eben mehr Armfreiheit haben. Okay, aber natürlich eben auch mehr Filmfreiheit, mehr perspektivische Freiheit und eben auch mehr Möglichkeiten. Und, ähm, auf jeden Fall, äh, wenn ihr mal bei ihm vorbeischaut, dann könnt ihr seine Videos mal abchecken. Äh, Vorwarnung, soll ich das sagen? Ja, mach. Okay, es ist natürlich schon, ich meine, wenn man Ende 2017 angefangen hat und dann jetzt hier 2018 bei sowas ist, dann, äh, äh, glaube ich, ist es ganz fair zu sagen, dass man jetzt nicht die Erfahrung und die Qualität, in Anführungsstrichen, eines, äh, das muss hier nicht feindlich sein, das ist ein, das ist einfach so, eines, eines YouTubers mit drei Jahren, eines YouTubers mit drei Jahren Erfahrung erwarten könnt. Und, äh, von daher habe ich beschlossen, äh, dass ich ihm hierbei auch ein bisschen helfe. Auch das Verhalten vor der Kamera ist natürlich, äh, eine Sache, die muss man üben, die muss man lernen. Man, wenn man sieht, wenn man auch sich selber filmt zum Beispiel, damit habe ich irgendwie, keine Ahnung, 2013 oder 2014 angefangen, das selber so just for fun zu machen. Aber, wenn man sich da bei den ersten Malen wirklich konzentriert und so, dann schafft man das auch. Dann ist das, dann ist das gar nichts Unproblematisches mehr, sich hier so vor der Kamera aufzuhalten, irgendwie so zu vloggen, irgendwas einzusprechen und dann zu sagen, ach, scheiße, mir ist das gerade nicht mal eingefallen, jetzt muss ich schneiden und alles Mögliche. Schneiden gehört dazu. Jedes Video wird geschnitten, bis auf meine alten Laps World 3 Videos. Das war, auf wenigst schneide teilweise auch nicht. Ja, oder meine alten Laps World 3 Videos. Ja, okay. Aber ihr seht, ähm, deswegen sind wir im Prinzip hier und ich würde sagen, äh, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht, eigentlich nicht, oder? Oder haben wir was vergessen? Hast du was vergessen? Was er zumindest jetzt auch, ich sag mal, relativ schnell kapiert hat, was ich ihm jetzt gar nicht mehr beibringen muss, ist zum Beispiel das Color Grading. Das ist eigentlich eine super einfache Sache, es trauen sich nur viele Leute nicht daran, weil, äh, es ist mehr Aufwand, aber es ist einfach und es gibt klare Regeln dafür, äh, Regeln in Anführungsstrichen. Und, ähm, ja, das kann ja zum Beispiel super. Color Grading. Dankeschön. Das, äh, du hast auch, ich sag mal, jetzt schon ziemlich viele Shots gegradet und, äh, das sah alles wirklich, muss man sagen, zumindest einmal nach, schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare, sehr gut aus, muss man sagen. Jetzt würde ich aber sagen, lassen wir euch mal in diese ganze Sache einblicken. Nun, als ob er den einen vollen你要 alleine zeigen. 2, outside, 5, 3, 2, 1, 2. Slask! 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 3,ziventil. So, und jetzt würde ich einfach mal sagen, mach mal meine Antwort. Ach, Scheiße. Eine Sache dafür gebe ich dir noch, eine Sache dafür muss ich dir natürlich noch geben. Hier, die Musik. Das ist nur die Frage, wie machst du deine so immer? Habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ich spiele mal kurz die Musik ab. Moin meine Minecraft-Gamer. Genau. Ja, stimmt. Das war's. Und was man da natürlich auch machen sollte ist, alles Unnötige raus. So. Ich mache das einfach so zur Orientierung, also nicht runter. Interessant, mal eine andere Vorgehensweise dabei zu sehen. Ah, stopp. Stopp. Schon zu weit. Ich habe einen Inpoint schon besetzt. Muss ich mich denn jetzt ein bisschen orientieren, warte. Wie lange braucht er dafür? Gar nicht so lange. Weil. Achso. Nee, eigentlich ist das nicht, oder? Ja, warte. Ich probiere es einfach mal aus. Moin meine Minecraft-Gamer und... Was hier auf jeden Fall vom Video, Leute. Es wird auf jeden Fall in nächster Zeit noch mehr zusammen hier mit Rivey kommen. Rücken wir hier mal ins Rampenlicht. Gut, ich stehe auch noch. Und, ähm, ja. Wir haben auf jeden Fall einige nice Projekte in nächster Zeit geplant. Es ist auch schon ein Projekt am Laufen. Deshalb sind wir hier gerade so ein bisschen vor der Tür, um euch den Rest ein bisschen zu verbergen. Von wegen Spoilerschutz und so. Und, äh, ja. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Hast du noch was zu sagen? Eigentlich erstmal so nicht, glaube ich. Ich kann da halt nicht hinfinden. Hier, Moin. Es geht noch was kaputt hier. Aber egal. Auf jeden Fall würde ich da mal sagen, ne? Ihr kennt das, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Und ciao.